Die Ursache ist, so wie mir das jetzt scheint, Vanita. Die Glückseligkeit durch Achtsamkeit. Ich habe gerade sogar am Hals heute. Und das bedeutet für mich, der Grund, warum du praktisch deinen Körper so, diese Scham für den Körper hast, das muss daran liegen, dass jemand in frühester Kindheit ganz furchtbar unachtsam mit dir war. Und du sozusagen das Gefühl hast, du übst Kontrolle aus über deinen Körper. Also du musst deinen Körper irgendwie kontrollieren. Und diese Scham hilft dir, um Kontrolle auszuüben, weil du durch ein Schockerlebnis, durch eine Ablehnung, durch irgendwas, ich weiß nicht, ob das für dich Sinn macht, einfach die Fürsorge und dieses Ja zu dir, was du gebraucht hättest. Du bist richtig, so wie du bist, nicht bekommen, sondern verloren hast und somit nicht wirklich achtsam mit dir selbst sein kannst. Macht das Sinn? Also ich kann es kaum fassen, was du jetzt aussprichst.